Die Arena ist unser Wohnzimmer. Natürlich ist es geil hier zu sein und es ist immer ein schöner Blick, hier zu kommen und auf die Wände zu gucken und da stehen wir in Kiel. Das ist natürlich ein geiles Gefühl. Manchmal ist es geil, in eine andere Arena zu kommen und du musst gegen die ganze Arena spielen. Natürlich ist das ein besonderes, aber geiles Gefühl. Wir wissen schon, dass sie eine gute Mannschaft haben, einen sehr, sehr guten Torwart, Joge Bitta. Die kann ein sehr unangenehmer Gegner sein. Wir spielen oft 7 gegen 6 und wenn wir gut in der Abwehr stehen und gute Torwartleistungen haben und viel auf die zweite Welle und die Gegenstöße laufen, dann gewinnen wir das Spiel.